Der Rote Rausch. Der Hör-zu-Roman von Hans-Ulrich Horster ist endlich verfilmt worden. Was Millionen Leser packte und aufwühlte, sehen Sie nun im Film Der Rote Rausch. Der Fall des Automechanikers Josef Stief. Schuldlos oder schuldig? Verbrechen oder Krankheit? Nicht einsperren. Bitte nicht einsperren. Wer sind Sie? Ich weiß es nicht. Heute? Nein, das geht nicht. Morgen? Weiß ich noch nicht. Der Herr hat wohl was Besseres. Es war ein großer und hübscher Garten mit weichem grünem Gras. Auf dem Rasen standen schöne Blumen wie Sterne. Eines Tages kam der Riese nach Hause zurück. Als er nach Hause kam, sah er die Kinder in seinem Garten spielen. Was wollt ihr hier, schrie er gehässig. Und die Kinder liefen weg. Es gibt Fälle, die sich nicht mit normalen Maßstäben messen lassen. Wenn wir ihn in die Freiheit entließen, vielleicht würde er wieder ein normales bürgerliches Leben führen. Vielleicht ist er geheilt. Aber vielleicht kommt auch wieder dieser teuflische Rote Rausch über ihn. Sie haben keine Garantie, dafür und wir auch nicht. Und deshalb werden wir uns auf keine Experimente einlassen und ihn jagen, bis wir ihn haben. Ein Mensch wird gejagt. Was ist seine Schuld? Ein ungewöhnliches Thema, ein ungewöhnlicher Film. Mit einer ungewöhnlichen Begabung. Klaus Kinski Brigitte Grothum Sieghardt Rupp Marina Petrober Jochen Brockmann und Dieter Borsche Demnächst in diesem Theater. Der Bibliotheus Untertitelung des ZDF, 2020